Da oben ist einer aus dem Stuhlsteg. Die Stuhl runter ist unglaublich. Ja, Leute! Die Riesbrocher... Anhalten! Anhalten! Ruhig wieder, ruhig! Zwischenplatform, da ist gespeichert. Wie beim Computerspiel. Die werden gleich aufgekommen. Ist gescheiter. Machst du ihm die Tür auf? Bravo Maxi, bravo Maxi. Ganz ruhig. Über die Linie in der Kabine. Nein, der Kudl sieht was geht. Der Kudl hat sich gerade rausgezogen. Nein, das ist meins. Die Tür mit ihm aufmachen. Handfeuern könnt ihr ihm auch. Hey, Handfeuern könnt ihr ihm auch. Maxi, jetzt kein Fehler mehr. Oh, der ist lang, Mama. Da steht nicht bei mir. Nein, das müssen wir dann bei der Kabine ausmachen. Ja, zauert aus. Achst du, Maxi. Jetzt nochmal Lichtschatten. Lichtschatten ist nochmal schwierig. Lichtschatten. Danke für dich. Schlasse Maxi, danke für dich.